Die Firma Kurt Meder GmbH, made in Germany, seit 1954. In Villingen-Schwenningen, am Rande des Schwarzwalds, werden seit über 50 Jahren hochpräzise Drahtfedern in kleinsten Abmessungen hergestellt. Groß geworden mit der Belieferung der anspruchsvollen Uhrenindustrie zählen heute internationale Firmen aus Automobil- und Elektroindustrie, Haus- und Medizintechnik zum Kundenkreis. Bei Meder profitiert der Kunde vom umfangreichen Know-how aus einer Hand. Am Standort Schwenningen arbeiten über 170 langjährige und hochmotivierte Mitarbeiter. Täglich werden 10 Millionen Federn an über 250 CNC-gesteuerten Fertigungsautomaten produziert. Großserien sind unser Geschäft. Mit hoher Automatisierung und höchsten Qualitätsstandards stellen wir kostengünstige Kundenlösungen sicher. Mit unserer eigenen Entwicklungsabteilung mit integriertem Werkzeugbau realisieren wir die vollständige Projektbetreuung vom Prototyp bis zur Serienfertigung im eigenen Haus. Unterstützt durch ein gelebtes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem garantieren wir höchste Produktqualität durch fertigungsintegrierte Kontrollen, elektronische Prüfmittel und automatisierte Prozesse. Neben unseren Kernkompetenzen Binden, Wickeln, Biegen, Stanzen, Federenden, Schleifen bieten wir umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten wie Kugelstrahlen, Trovalisieren, Oberflächenbehandlung, speziell auch mit Edelmetall- und Lebensdauerprüfungen an. Meder versteht sich auch als Spezialist für höchste Produktsauberkeit. Mit zwei vollautomatisierten Reinigungsanlagen, eigenem Sauberraum, unterschiedlichen Waschmedien und Waschprogrammen bieten wir sieben Reinheitsklassen für jede Anforderung und für jedes Vormaterial. Natürlich abgesichert durch entsprechende Reinheitsanalysen. Damit unsere hochpräzisen Produkte auch in optimalem Zustand bei unseren Kunden ankommen und dort nahtlos vollautomatisch weiterverarbeitet werden können, bieten wir unterschiedlichste Sonderverpackungen an. Vom Überdruck-PE-Beutel über Wabenverpackungen bis hin zu kundenspezifischen Lösungen. Durch die Zugehörigkeit zur Kern-Liebers-Firmengruppe offerieren wir unseren Kunden weltweite Produktionsmöglichkeiten an über 50 Standorten. Ein Team von erfahrenen Drahtfedern-Spezialisten in Villingen-Schwenningen garantiert bereits in der Entwicklungsphase ausgefeilte Problemlösungen und stabile Fertigungsprozesse, die nach Hochlauf in jedem Kontinent lokal ausgerollt werden können. MEDER ist Ihr Partner rund um das Thema Drahtfedern und Stanzbiegeteile. Made in Germany und weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.federmehler.de ! MEDER MEDER